Nein Also, hier hängen wir super fest Ganz super Toll gemacht sind wir Ja, ich, ne? Ja Tschüss Lass dich in den Arsch stechen, komm schon, tschüss Na komm, fick dich Christian 9 Ja Das ist nicht für dich, das wird dich in den nächsten Level richtig in den Arsch beißen Findest du? Ja, das Wird dich dann Liebhaben Ja, ich kenn die Level, du hast Danach auch schon? Bin schon im Eis-Level gewesen Achso, du warst schon im Eis-Level Ja Zumindest beim zweiten Level, Eggman Boah, fick dich, geh da rauch Das ist doch nicht geil Ach komm, schau auf die Ja, das ist ein nerviges Ding Ach, das ist geil, wenn die an der Kante denkt Äh, äh, ich falle da fast runter Äh, äh, äh Aber ich tue es doch nicht Ja, ja Ich hab, ich hab schon seit zwei Stunden wieder Hunger Die kommen da, die können da so behindert drunter springen Ja, hab ich grad gemerkt Danke Tschüss Der will nicht, dauert ab, der hat keinen Bock auf dich Ja, ich merk Ach, da schon, axited Naja So erschrocken, hat er geguckt, wie zelllos Ah Nein, so wie du Geiz, ey Es macht ja immer noch Spaß Den anderen eigentlich beim verlieren oder beim abstützen zuzugucken Ja So allgemein macht's sowieso Bock, aber dann noch den anderen dabei Ehrlich Warte, mach's nicht Ja Hier auch was Na Und vor allem So viel Level sind wir gar nicht im Abstand Äh, das Wo du jetzt drin bist und äh Das wir dann können das 2 Level Ja Ein Hafter nehmen Wow Was denn? Wer mich jetzt verarschen? Oh, was ist denn? Komm mal mitbewundern mich mit einem Anno Komm gleich wieder Naja, mach ruhig Als wenn das ein böser Junge war Ab ins Fast-Action Ah Schuss Jetzt rein damit Komm schon Nochmal Warum an dieser verkackten Stelle immer wieder? Fuuuuh Centoosh Ja 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 Doch Ich hab Döner Egal Ne, den musst du jetzt aber nicht essen Mach ich gleich Wenn Ich brenn war Und bestimmt wieder abgeschmiert sind Find man ja schon Ich bin wieder an der gleichen Stelle abgestürzt Vor allem Ich nimm auf Ich renne zwischendurch raus Ich hasse diese Reifen Ne Ich krieg das Kopf bei diesen Reifen Sonst hab ich den Singleplay aber genauso gehabt Der Oh, diesmal hab ich beide getroffen Ja Ja, die Fässer halten mehr aus Ne, jetzt dagegen laufen müssen Oh Oh, jetzt Reifen und Reifen und ne Biene Geschafft Schnell machen Ja, leck mich doch immer Alle verkacken Fang schnell, fang schnell den Affen Hol ihn dir Denk da ran Hier, komm noch Ah Oh, ich bin eben voll abgeruscht Von meinen Steuern Kannst du im Moment essen? Kennst du das? Kennst du das von früher auch noch? Ja Ich hatte damals auch Kennst du den Nintendo 64 Controller? Ja, ja Kenn ich Ich konnte mal einen Tag nicht zur Schule Weil ich einfach zwei Blasen auf der Hände hatte Man hat den Knüppel einfach bei jedem Spiel so derbs gedreht Was, wo ich meine? Die Blasen hatte Eine Handfläche Ja, eine Handfläche Von dem Knüppel Und weißt du auch warum? Ha Mario Party Oh, yo Mario Party Drehen, ey Die Lampe anmachen Yo Oder So übertrieben Ich hab so ne Blase in meiner Hand gehabt Ja Muss ich konzentrieren Oh Lecker Na, was Gekappt Ho Nein Hau doch Oh Ja, übertreib einfach mal Du hast das mal weiter geschafft? Ja Ich hab's Und gleich stirbst du Schade Hau doch ab Geh von meinem Eingang Nein Nein Ich will das G noch Nein, ich will das G noch Ich will noch n Ich will noch n Level mehr haben Jawoll Es ist es 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 kommt der Endgegner Hm Da wollte ich jetzt ja auch nochmal speichern Ja Einfach nur aus äh Wenn irgendwas doch passiert Safe game oder so Vielleicht hat das mal geschafft Ja Wow Hast du das gesehen? Wie knapp das war? Dann ist das andere Nimm erst das andere Na Komm Mega Ja Eigentlich ist das geheimnis Das ist eigentlich ein Oder beziehungsweise die Hülle Das ist eigentlich nervig Nein, ich scheiß mir doch auch Ja Die finde ich wieso nicht das Das ist für's Singleplayer Wenn du gar nicht aufnimmst du der so nur dann aus Jux und Ballerei spielst Mhm Na klar Aber du könntest noch Delfin kriegen wenn du noch ein Abstütz Delfin? Ich hab's geschafft Geht doch Ja, hätte ich bei dir auch noch machen Muss ich bei dir auch noch machen Hahaha Du Arschloch So Speichern Ich hab eigentlich immer Angst wenn ich jetzt Hä? Heiner Hm Da Äh, kann auch sein dass jeder einzeln speichern muss Wäre er sinnvoll gleich zu machen Na Justin Bieber Hehehe Ich bin Justin Bieber Hehehe Bin Justin Bieber Hehehe Bin Justin Bieber Hehehe Bin Justin Bieber Haha Ich bin tot Hahaha War wohl nix Banane, Banane Mh, Banane Oh, Banane Volle mit Brot, ne? Naja, das ist Die kommt nachher in die Höhle rein Affenminen Den, 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 den Ich bin den Affen Minentall Na schmeckt's Centos? Guten Appetit Naja Ho Swift lecker Ah, ach ja Schwimm da Schwimm 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 schwimm, schwimm schwimm Blablablablabla Hi Ich bin ein Wasseraffe und verliere mich schon wieder Hi Centos, du solltest nicht essen und spielen gleichzeitig Doch doch, das kann ich Merkt man ja oben ist kauf ein k oben in der ecke mann ey diese piran das sind nervig wenn die so gerade zu zurück kommen naja das halt noch mal schwimmen gehen in der bucht hier geht das nicht hier gibt es kein geheimnis glaube ich oder irgendein geier musste runterspringen nein das auch nämlich auch nicht wieder das den bieber ja naja kein frisch das nämlich die ordner doch nicht schmeckt schön scharf nein tu mir nicht du mir nicht den gefallen also nicht unterfallen war es ich kann jetzt auch kein essen machen ich kann aber man ich kann aber whatsapp nehmen und mal was nettes schreiben mama machst du mir mal was zu essen bitte ich bin im koffer bist du gerade abgestürzt nein ich doch nicht centus du musst aufpassen du hast nicht mehr viel leben ne ich weiß doch gar nicht wie das ist wenn du jetzt verlierst das waren von den minuten nehmen wir gerade auch sicherlich irgendwie länger vor nein krieg jetzt gerade erst mal mein wixi kong dann schnitt sie gleich schon ab ich glaube bei dem ist das bei dem ist das ist doch die die kommt ach ja ich verwechsel die süße immer ich habe genau so glücklich aus ne ja toll wenn ich jetzt eine weibchen ist jetzt auch nicht so schlimm ja und ist auch behaart der affe ja so wie du das hat der richtige bin kein behaarter affe lau mich in ruhe schwimmen schwimmen da kommt dass hier beinahe wenn man eben wissen so ja wieso schwimm ich denn dann mal höher bin ich doof ja Frage ich das eigentlich noch ddddddddddddddddddd schlägt schlägt das hier ja das kannst du mit mehreren tasten machen also mittlerweile ist das gang und gäbe hier röpsen furzen alles mögliche mittendrin einfach aufstehen und einfach essen holen du kannst ihn auch du kannst ihn ärgern den heim ich glaube auch wenn du kurz vor dem heim ist macht das automatisch bin ich mir aber nicht sicher wenn ich kein geheimnis machen würde würde das nicht kennen ja du musst einfach nur in den heim schwimmen ja siehst du manchmal habe ich glaube es gibt sogar ein ganzes level wo du nur unter wasser bist oder mindestens 34 level hintereinander dich jetzt gerade überlegen vor allem die level wo du wo das wasser dann steigt und sinkt gab es aber auch gar nicht ja das ist ich glaube aus dem dritten teil was so ja sage ich jetzt dritten teil habe ich hergezeugt und rückst du nicht stacher taste doch wenn ich wieder dran bin speicher wieder speicher die ganze zeit zu machen ja 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 ja